Morgen, hallo und herzlich willkommen. Matze am Start und ein Scheißbomb. Was für ein Katzbomb. Ich habe ja auch eigentlich ja nichts speziell auf Kassen zu tun. Ich habe die Mosin mit und ich muss halt meinen Sniper oder Bolt Action Rifle Skill leveln. Der ist gerade mal so ein bisschen über 1. Ich habe die Bolt Actions seit Beginn des Spielens mit dem PvE Modus halt sträflich vernachlässigt. User Untertitelung des ZDF, 2020 Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. Ich sehe ihn nicht. Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. Den hat es nicht zerrissen. Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. 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 Den hat es nicht zerrissen. Den hat es nicht zerrissen. Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. Den hat es nicht zerrissen. Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. Den hat es nicht zerrissen, die Hunde. Jusek, 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 Sniper, 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 AKM, ah ja, stimmt, das war dann doch wieder drin, AKM, Mosin, 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 16 Leute, doch gar nicht so übel. Und hallo und herzlich willkommen, Max, wieder am Start bei der Kids mit unserer Mosin und dem Fold Action Skill Level. Es ist ein Jammerplan, das dauert ja ewig und drei Tage an. Wie lange muss man denn eigentlich spielen, um den auch Max eine Wette zu haben? Das ist der Össing. Da ruscht er doch gerade was lang, oder? Chupa Chups. Äh? Äh? Was ist das? 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 Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das mit dem Bildkrammer. Und wer hat da oben auf mich geschossen? War das der Sniper? Mist. Warum habe ich nur so wenig... Ja, ja. Hä? Ja, 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 ja. Das war's für heute. Ich glaube nicht, dass ich den Sniper von hinten treffe. Schon mal versucht, das geht irgendwie nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, das ist Blödsinn. Das ist Moditionsverschwendung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hab ich den erschossen? Hat er sich bloß hingelegt? Das ist jetzt eine gute Frage. Das war's für heute. 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 Ich seh den mit dem Becken nicht. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben mit denen schon wieder sämtliche Magazine geklaut. Das sind Arschlöcher. Alter, willst du mich verarschen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die beidenBrauneln którą haben. Der ist schon sehr echt. Sad was zu tun. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dassel Lewis wegge Hm. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was? Das gibt's ja gar nicht. Was? 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 Was. Was? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war gestern keine gute Idee, die lang zu nehmen. Okay. Das war's für heute. Okay. Das hindert sich. Okay. 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 Okay.